Ja, Kredl, die Maps, Miragen-Fern, das 2. Ich wollte gerade sagen, Leute, denkt dran, ich will mich einranken und nicht Silver 1 werden oder so. Ach Gott, ich kaufe so gerne bei Skin Baron ein. Oh, Schöntel. Hier we go. Wir spielen so lange, bis wir gewinnen. Wir sind direkt Mitte durch. Okay. Äh, hier. Hey, Mitte ist hier oben. Grubbel. Grubbi raus. What are you doing? Oh no. Oh, Flaff. Leute, das liegt ja super. Ach, kann man das so? Das ist ein richtiger... Gut, dann Rankissimo die zweite. Ich hab mich so den ganzen Tag angepüsst und dann kommen da diese betrunkenen Arschle. Diese betrunkenen Arschle. Also wir gehen alle durch das Appartement, aber ich geb Reuler raus, das ist klar. Das versteht sich. Das versteht sich doch von selbst. K.B. ist dein kleines Kalb. Oh, der. Schön, Boiler weg. Nee, nicht Boiler. Nee, Boiler, Boiler. Jetzt ist Boiler weg. Ich stehe mal Pidlick. Wieder lebt noch. Ah ja, wir schauen wie sie ist. Hallo, Jan. Hallo, Kabi-Bar. Ich war... Alla Break, rennst du einfach durch? Terminator-mäßig? Äh, Midshot, oder? Kombo... Ich weiß es nicht. Vielleicht waren es auch deine Steps. Vielleicht bin ich doch ein bisschen alt. Ist gar nicht so abwegig. Grimble, he's still he. Renn nicht auf, ich überlebe noch. Oh! K.D. Nein. Ich smoke, schaut abweh... Oh, ich hab die Smoke noch nicht in der Hand. Die machen bestimmt in Australien. Ich glaube, die sind alle auf B. Ich gehe stark davon, dass es die alle auf B sind. Ja, das sind 100 pro Australien. Jackson, all the Koalas are missing. We don't even have Koalas. Yeah, I got some yesterday. Well, let's go get them then. Habt ihr Orbs im Blick? Wuhu, der hat genascht. Break, er verstarb. An der Bombe. Kibi, machst du schon dein Line-Up? Hey, das ist erst geht es hier. Einer noch, direkt close. Kommt mit, komm mit, komm mit. Aua. Habt ihr in der Suit? Oh, oben drauf, oben drauf. Ist immer noch auf der Air, ist runtergedroppt. Zwischen First und Second Box. Das ist noch einer, glaube ich, Nico. Aber nicht mehr dort. Nee, das war der, das war der. Anderbar, was machst du da? Ah, okay. Ich dachte, du klingelst dort. Was? Am Klingelschnitt bist du gestanden, hast du kurz zu überlegen. Klingel ich jetzt? So, Leute, ich habe jetzt die Ayub und ich hole mir jetzt den Meter-Sack. Das ist ganz klar. Äh, irgendwie haben die sich da abgesmoggt, als wenn die wüssten, dass ich sie erschießen wollen würde. Äh, Nico, schön rechts bleiben. Okay, weil ich aim mit dir hoch. I got you back, brah. I got you back. Wollt die BK? Ja, wir gehen B, wir haben Double-Kill. Ich dick heute nicht durch, komm, sieh. Da liegt der Bloom, was soll denn das? Der sich eben beschwert, dass du kein Wendem hattest du die machst. Ah, echt jetzt? Ja. Bloom, please, don't be sad. Ja, mach das, bitte nicht. Mit jetzt keiner gecrossed, ich habe nichts gesehen. Die smoken sich wieder ab, wie langweilig. Smoke fliegt und dann, ich flashe CT da noch. Warte mal, dann gehen wir, ah, okay. Ja, Smoke Coffins, Smoke Coffins. Dann lass durchgehen. Oh, Scheiße, nein, nein, nein. Ich lege einfach. CT close, einer. General, Orange, kommst du bitte schnell? Einer kommt bestimmt gleich Churchy. Ich gucke Churchy. Ja, aber ich auch, ich auch. Churchy ist weg. Die haben mich abgemolliert, die haben mich abgemolliert. Ich muss ein bisschen dumm stehen. Ich bin voll, ich bin voll, oh mein Gott. Churchy, noch einer weg. Der andere ist wohl auch Churchy, nehme ich an. Ja, der ist auch Churchy. Die waren einfach alle Churchy. Jetzt guckst du dir an. Guck, wie sie hier liegen. Ich habe auch einen Kredl, der hat 11.000. Boah, Kredl, Alter. Läuft bei ihm, Digga. Da weiß ich ja. 11.000 sind noch okay, da kann man noch eine Runde machen. Kann man noch sparen. Kann man noch mal, Nico. Stimmt, hier steht. Mit einer weg. Lass mal B in Ruhe, die stinkt ja. Dann bleibe ich auch noch kurz hier, solange die Bombe so alleine da liegt. Ich smoke Richtung Long, so ein bisschen. Nico, ich flash Long einmal und let's go. Ich habe es mit Bombe, Achtung. Von hier müssen wir die holen. Alles gut, Kredl. Äh, gut, ja. Nice. Nice, weggetabt. Long einer? Letzter AWP, glaube ich. Ja. Ist der bei dir? Ne. Okay. Also in Theorie, wenn ich mich umdrehe und es war halt einfach wieder zu einfach. Wenn ich einen Zeus mache, kriege ich die Leute. Ja, Banane. Bitte weg. Ja, lass auf A gehen, lass auf A gehen. Wer, wer, oh, der kommt durch. Der geht. Ey, Digga, du bist so ein Tier. Ice clear. Oh, sorry. Boah, alle Glückrennen, Ice clear, außer mir. Komm. Letzter Banane, letzter Banane. Außer mir. Weißt du, ich seh's gar nicht von hier. Wir machen Zeus für den Content. Übrigens, Achtung, ja, da ist ne AWP auf Banane. Schwierig. Oh, fuck. Ich muss kurz ein paar Nudeln essen. Also wegen dem Zeus, ich seh jetzt alles, was ihr macht. Okay, Eko, Eko, lass einfach mal B hochrennen, Jungs. Ich mach einen, einen Molli. Aber Krumpel, das wird so geil. Kein guter Wegeohr, du hast recht. Äh, ich komm zu dir, Bruxen. Äh, Niko. Der ist Underhut, Underhut bei Short. Und go. Banane, Lüge. Ja, okay, da. Oh my God. Kann der Dritte die holen, bitte, danke. Ja, ich bin schon unterwegs. Oh man, der ist im scheiß Zahn... Der ist im verkackten Zahnstocher. Er ist weg. Also die Runde, die haben wir gerissen. Ich mach eine Runde ohne Sound von euch. Ich will Craddle, wie ihr die Runde wegschmeißt. Short steht. Dann geh ich, ich geh mal... Achso, da hinten ist gerade gesmoked. 80 Bay. Aber ist das nicht irgendwie kacki? Weil dann sehen wir doch gar nicht, ob da einer ist. Ja, da ist hinter der... Na, Alba, ich hab nichts gesagt. Okay. Die haben gute ABPs, Mann. Ja, die dürfen wir jetzt gleich nicht so arg contesten, dann, wenn wir bei City sind. Ich bin ja auch gar nicht. Ja, wir warten, ich geh auch B. Let's go, Männer, let's go. Erstes hier, die Runde ist sehr wichtig. Let's get retarded in here. Banane, nichts. Break, die haben dich aber envisiert, ne? Shut, 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 shut. Ich hab die aber auch envisiert. Are you sure about that? Hat da mal einen Long noch einer? Short, ja. Hallo, Zweiter? Erster? Scheiße. Der hätte halt mal früher kommen müssen, der Dödel. Aber der hat, der hat halt schön gewartet, der Mantou, der Matthew. Ah, Matthew heißt der Matthew, Alter. Guck mal, ich mach mal den hier. Von mir. Hat aber, glaub ich, den Gap rechts. Aua. Ey, gib mir ein Headshot, dieser Luckboy, Mann. Ekelhaft. Mitte kommt grad hoch. Ja, die Smog haben sie verkackt. Short. Sehr gut, Gretel. Alle Short, also drei Short, drei Short. Ich komme direkt dann über Long. Auf A, Bumble Down, ey. Kannst drüber kommen, wuchs. Balcony, lang, lang, lang. Balcony, lang. Und der andere, lang. Oder ein 40 AP lang. Oh, der ist schon durch. Ja, warte, Jan. Ich kann, ich muss... Noch nicht gelegt, noch nicht gelegt. Ah, okay. Ist die vorhin, die vorhin. Ah, wo, wo, wo? Nee, rum, 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 rum. Hast du noch nicht nachgeladen im Vorfeld? Hast du alles in den reingeballert? Die war, die war ja voll. Ich hab den 80 und 60 gespielt. Ja, warte, warte, hier. Farmas ist gut, Farmas ist gut. Oh, aber die ist super. Also, ich würde sagen, wir gehen lieber weg, aber wir können noch vor, wenn du willst. Ich flash. Da sind zwei. Ich geh rüber. Einer beim Baum. Drei, drei da, drei. Bomber aus, oder? Nur noch einer. Keine Bomber, keine Bomber. Ich hab leider zu lange gebraucht. Letzter ist auch dort. Letzter ist Banane. Sehr gut. Komm, Nico, wir machen, äh, Brixi, wir machen jetzt die Deagle-Headshots auf Banane. Hat ein Deagle-Hit schon? Jetzt geh ich aber direkt rüber. Aber es kommt gerade nichts hoch. Also, im Moment kommt nichts hoch. Ah, fuck, man, die A-W-B. 34 in 1. Das ist auch, oder? Die smoken sich Banane ab. Wahrscheinlich wollen die auf A. Ja, die kommen A. Auf Flasch. Nice. Oh, der hat da Ack. Wo war der? Auf Long. Richtung, ja, Richtung. Flüge. Flüge, noch! Der smoken gerade auf B ab. Scheiße. Das ist ein Ackers, glaube ich, auch mit. Schade. Banane komplett clean. Ja, komplett würde ich nicht sagen. Wir machen das komplett clean. Ja, aber, er könnte rechts von dir sein. Ja, deswegen. Wir klären sie. Oh Gott, ich hätte fast geschossen, Break. Ich hätte dich fast. Bleib mal kurz im Eck. Eps. Break, ich smoke noch deeper und komm rüber. Kann der auf B kommen? Ja, ne? Einer auf Lang. Oh, ich habe die Wombe down auf City. Ich habe gerade hoch auf den Killfit geguckt, als der kommt. Break, äh, Gretel, machst du Long? Ja, gleich, gleich, gleich. Oh Gott, wenn der bei mir bei B schon... Ja, B, B, B. Einfach zu einfach, ich gieß Blumen, you. Ich molly die... Oh, ja, 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 ja. Oh, ja. Oh. B, diverse Aktivitäten. Hier rüber, hier rüber. Ich denke, die wollen nicht mehr. Ah, der geht durch. Was ist das für einer? Nice. Der hat 10er. Der kommt durch, der kommt durch, der kommt durch. Ist weg. Alalala Long. Alalala Long. Der ist... Sieh die durch. Der ist in Church. Letzter Church, side. Die Bombe ist down. Nice. Dieser, dieser Mewtwo. Ach, Mewtwo. Ich sage immer Mewtwo. Dieser Matthew, der ist schon nicht schlecht, ne? Ich flash dich rein, Break. Achtung, der... Achso, du willst... Flash wäre auch raus. Keinen gesehen. Ich smoke. Brixi, kannst du da safe stehen? Wenn ja, würde ich auf A gehen. Okay. Nico, ich komme jetzt zu dir. Apps mehrere. Don't a shriek. Sei nicht Shrek. Shrek is love. Shrek is life. Nice. Bombe down. Oh, die boy. Leute, Wahnsinn. Da oben ist auch nack. Da oben ist auch nack. Den nehme ich mir. Kämpfer ist mein. Wuh. Also, ich denke, dass sie jetzt wahrscheinlich ihren verheerenden B-Go wieder machen. Achso, nee. Haben sie ja vor zwei Runden gemacht. B-Go der Vergeltung. Ja, die sind schon echt schnell da durch. Ich denke, ich höre, dass die B gehen. Trotz Doppel-Molly. Die rennen da durch, aber verbrennen halt auch. Der eine ist ja abgefakelt. Der hat mich selbst abgesmockt. Forst irgendwie jede Runde. Und go, bra. Und der smoke wahrscheinlich, Nico. Oh, shit. Du. Na, also Break. Hat das immer geklappt. Bombe bei uns. Bombe bei uns. Könnte close sein. Ich gehe zurück. Nice Break. Sweet. Nice den. Wir haben die Bombe immer noch. Bei uns. Ich zeus den. Geht weg. Ja, auch bitte. Okay, ich, 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 ich hole den ran. Ich mache hier so. Oh, der ist Boiler, was? Nico, kannst du auf B gehen? Als Versicherung? Weil dann machen Break und ich hier vorne den Suess. Oh, nee. Dieses Schwein, dieses Haarige. Oh, yeah. Einfach. So einfach. Ist fast wie ein Zeus. Obwohl ich geschossen habe, ne? Geht ja, ich bin 1 und 1. Hallo. Sani, 181 bei Devens. Ja, das ist L.E.M. Leute, L.E.M. Äh, wo ist mein Sublum? Oh, Bordelogia. Noch ein Rank-Up-Game, ja. Noch ein Rank-Up-Game. Weißt du jetzt einen los? L.E. Shit. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dickenfette Mutter auf die Instagram-Messe. What?